Guten Morgen Frau Silberzahn. Ich muss heute Ihren Blutdruck gemessen. Geben Sie mal Ihren linken Arme her. Gut, wenn es zu arg wird, wenn der Druck zu arg wird am Arm, dann sagen Sie mir bitte Bescheid. So, Achtung, es geht los. Abonniere meinen Kanal für mehr ASMR, 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 ASMR. Ja, ja. Okay. Ihr Blutdruck ist 120 zu 80. Also, der Blutdruck ist normal. Ja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.